Hallihalli und herzlich willkommen zu Let's Day Kongos Bad Fur Day! Ja, heute, äh, was sag ich denn heute? Letztes Mal haben wir hier die... ...Mine mit der, äh, Stollenblume da verkuppelt. Und jetzt will ich mal gucken... Ähm, ja genau, wir müssen da hoch. Da hilft uns die nette Kiste hier. Wir müssen jetzt endlich hier rein. Und jetzt schön hier... Hier, wo geht's? Boah, ich bin wie immer nicht. Geh weg! Ich bin runter, geh fallen. Jetzt muss ich's noch wieder aufbauen. Ah, haa... Oh... Wir haben erst mal ein bisschen Schokolade snacken. Alter, der ist doch... der ist doch nicht aus Heu. Ich rieche das mal an. Hier ist neben... Ich hab' den schon... oder kann ich den noch später oder hab' ich den schon benutzt? Hey Digga, lass mich mal durch! Danke! So, Mikrofon fummeln. Dann wieder zu dem hüpfenden Kistchen. Schaff' ich das noch? Nein! Ich schneck' ich die Schokolade hier? Nein! Koko, was machst du denn für Scheiße? Dafür, dass du jetzt auch in der Früh hier schwimmst. Das Spiel macht mich immer so fröhlich! Die Musik ist richtig geil! Ja, du brauchst ja nicht an dein Ding und rumfummeln! Guck' euch was denn mal an! Super-synikus! Ach, was mach' ich denn? Ja, also ähm... Wir wollten zu der Kiste und so... ... ... ... ... ... ... ... ... ... für mich doch mal durch will ich runterfallen? Kann ich hier keine Schokolade in was reinführen? Na doch, natürlich! Ich hab hier nur noch 2 Oh jetzt ist die bestimmt gleich wieder weg, stimmt's? Ja jetzt vor allem Ah, Gould Gould Jetzt müsste ich nur noch rausfinden, wo B ist Ich glaub hier dürfte B sein oder? Okay, hab 4 gekutzt. Stopp, du Lappen. Heilige Kacke. Franker zieh dich wieder hoch. Uiuiui. Stopp! Wow, 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 wow. Ach, da kommt nochmal jemand. Du hässliches Viech. Du kleines hässliches Miststück. Schuckt es mich da einfach? Oh, 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 oh. Okay, ja, hilft wohl nichts, ich muss wieder da hoch. Und die Kiste wartet schon freundlich. Oh, okay. Bum, 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 bum. Juuuuh. Falsche Taste gedrückt. Komm schon! Kann ich mich angreifen? Und dann! Ich hasse es! Schokolade! 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 Und kurz 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 weiterlaufen! Ach, die guckt gleich mal die Kiste an! Die ist ja freundlich! Die warst du immer schon? Nicht! Okay, dann! Warten wir jetzt halt hier kurz! So! Ja, kann man gleich stehen! Kann ich da chillig hoch? Ach, krank! Sicht, Mann! Ja, danke! Vielen Dank! Sicht! Schokolade! 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 Nein! Nicht runterfliegen! Ah, Kiste! Perfect! Har Kiste! So! Woher hat Kanka bitte einen Samenwerfer? Stopp! Ach, da ist noch mal eine. Okay, da drüben kann ich jetzt hier mal bitte kurz. Ach, da oben hängt der kleine Typ da. Okay. Ey, komm, das war jetzt nicht fair. Okay, goodie goodie. Ready? Wow. Bisschen knapp, würde ich mal sagen. Ich flieg lieber rüber. Ach, Biwatt. Oh mein Gott. Jetzt wollt ihr da noch Messer raus, muss ich jetzt den Typ da runterballern. Bestimmt. Sing. Novo. Hey, jetzt komm. Komm, stirb. Ich hab noch nie Messer geworfen. Also pass auf, du kleiner Typ da. Ah, okay, der reicht aus. Denk bestimmt, ich will ihn umbringen. Oh mein Gott, Kanka dreht voll durch. Das ist gonna hurt. Na. Oh Gott. Ich bin glücklich. Und jetzt bin ich der Typ. Oh, der Typ bis heute in die... Das ist für Alptom. Oh, heute. Also da drüben. Das ist Geld. Super. Geld. Ich denke, die werfe ich immer nur auf die Gitterstelle, wie ich kackgelam gar nicht dazuschen dürfen. Ich schaff's zumindest nicht. Naja, okay, komm. Komm, komm. Gehen wir mal da runter. Oh, was hast du da gemacht, Junge? Dummste. Ja, eh, dummste. Warum ist es, dass du immer wiederholst? Ich, 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 ich? Ja, ich, 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 ich... Oh, sorry. Oh, shit. Well, thank you, Mr. Squirrel. I was hanging up there by my pretty little neck, it was like one of them damn damn executions you hear about. Whoa. Uh, yeah. Anyway, what are we gonna do about this guy over here? Well, what do you wanna do about it? I'll do anything for you. du bist er hupen aber Gott legt er sich nicht mit Konka an, Freunde ja so, was genau hast du in mir? naja, einfach nach hinten und wir gehen für ein Ratsch Ja, okay, but don't get any funny idea now. This is what it means to end. Well, I don't know what you're talking about. Oh. Wir dürfen die Piki reiten. Ha, wer lacht jetzt zuwärts, hm? Ich bin zuwärts, ich bin zuwärts. Stop. Ha, ha! Komm her! Nein! Komm her, du kleine Piki. Wow, was er lag? Äh. Was genau muss ich jetzt hier unternehmen? Wow! Wieso brennt der? Hä? Ah! Das ist so dumm. Kurze Sokolade zwischensnack. Das muss ich bestimmt noch mal erwischen. Und! Bäh! Das ist sozusagen der Endboss. Von diesem Level, äh, von diesem Land. Sag ich jetzt einfach mal. Komm jetzt weiter, du... Piki! Staub, du riesen Buschel! Ein Cyborg-Buschel! Buff your asshole! Oh! Oh! Oh mein Gott, hier bricht ja gleich alles zusammen! Ich muss erst mal snacken! Snacken! Ich muss erst mal aufhören! Ich muss erst mal aufhören! Ich muss erst mal aufhören! Komm her, du Piki! Ah! Da! Das ist bestimmt wieder Schoko-Unden-Lade! Ja, gut. Was ist das für ein Typ? Was ist das für ein Typ? Alter! Komm her, Piken-Kumpel! Komm her, Piken-Kumpel! Schokolade! Zum Glück geht mir hier nie die Schokolade aus! Der ist jetzt stopp! Komm! Boom! Perfekt ausgewichen! Aber der auch! Oder hab ich ihn erwischt? Was sieht's aus? Oh mein Gott! Der geht völlig... Ab! Haben wir den jetzt besiegt? Der eigene Piken steckt fest! mal k und auch pass auf der seite und kuschel Ich denke, ich mag den Sound von der Musik. Ich denke, ich mag den Sound von der Musik. So sehr neimmillimeter. Dann rein hier, süßige Pai. Just tell me where... Oh Gott, was geht mit dem 2-Bab? Ähm, okay. Ich muss mir das jetzt mal genau angucken, was ich hier denn überhaupt mache. Haha, du Opfer. So. Weil ich glaube nicht, dass ich den jetzt irgendwie so besiegen kann. Okay, aber das dann erst im nächsten Part. Oh, ein Kacher krippelt sich hier gerade am Boden rum. Denn der Part ist vorbei. Bis zum nächsten Mal.